Die vielen Kerzen, die heute hier brennen werden, sollen uns erinnern, dass auch wir Licht für die Menschen sind, so wie Jesus Licht für uns und die ganze Welt ist. Wir danken euch, dass ihr euch heute für das Licht der Welt für Jesus entschieden habt und dass ihr heute diesen großen und schönen Tag hier in der Kirche mit uns feiert. Vielen Dank.